In unseren Camplette-Modellen haben wir keinen festen PVC-Boden eingenäht. Weil wenn ich diesen Camplette dann wieder zusammenklappen würde, habe ich immer die schmutzige Seite, die sich ja immer unter der Plane befindet, oben liegen. Daher haben wir einen herausnehmbaren PVC-Boden. Diesen PVC-Boden kann man ganz einfach mit dem Camplette verbinden. Hier am Camplette ist ein Flauschband angenäht und der PVC-Boden hat dementsprechend ein Klettband. So kann ich eine feste Verbindung schaffen, das Ganze vernünftig verlegen und habe Sicherheit, dass ich keine Feuchtigkeit von unten bekomme.